So ist eigentlich die Grenze verhandlich ist auch in dem Platz, wo die alle müssen aber die Sitzung haben. Da vorhin als Nippe ist, dass sie so, da ist, es sind echt viele Häuser und nicht nur die Sitzung. Sie waren eh, ich bin eh, männlich! Wir müssen auch noch mal auf, 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 auf! Wir müssen die Säge nicht nur auf, jetzt mal auf. Ja, dann kommt der Kоки nach, wo die Sitzung sind. Sie sind so gut. Lass uns die Handlatschreiber. Ach, jetzt sein wir das. Ich weiß nicht, dass wir das hier sehen können. Wenn wir das die Handlatschreibern haben, dann sind wir die Handlatschreibern. Aber das ist die Handlatschreibern. Dann kommen wir wieder. Dann werden wir wieder. Wir haben uns jetzt den Hubschreibern. Dann sind wir wieder wieder. Dann sind wir wieder wieder. Ein bis zum Zug. Entschuldigung, ja, stimmt. Steckdose gibt es nicht, ja? Steckdose? Das ist doch gut, ja. Leute sollen rausschauen, weg an der Ratschkette. Ja, drohen den ganzen Tag. Was haben Sie bei der Revision? Ja, hier gerade. Hier zeigt er an, auf dem Rückpark von Pischlacht, der Karvallwehr manchmal nicht. Die Züge mit Zugnummer 16 am Anfang, die halten nicht. Und die mit 46, die halten. Ja, stimmt das so. Ich habe mich nur gewundert. Nein, das stimmt so. Das sind, wie der da, 1,6 sind beschleunigte Züge. Das ist wegen dem Anschluss auf den Zug nach Nailand in Tirana. Aha. Da musste man schauen, dass man 11 Minuten oder was früher ankommt. Ja, ja, ja. Den Buschjavo. Es kommt darauf an. Welcher seiner Feuer? Es ist nur ein Gleis. Die lassen nur einen Zug am Bahnsteig. Wenn der von unten fest verspätet ist, dann lassen sie uns nach dem Bahnhof warten. Dann würde es gehen. Wenn wir einigermassen pünktig sind, warten wir vor dem Bahnhof. Dann kreuzt der uns vor dem Bahnhof. Geht nicht. Aber es ist ein schöner Ort, Ostiavo. Ja, wenn kein Regen kommt, bleibe ich da. Ja, das ist ein schöner Ort. So, dann haben wir noch wieder vom Regen. Ah, es ist zu heiss zum Regen.